Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu unserer Tippsendung von 1x2.com. Ja, es ist wieder ein spannendes Wochenende bei den Galoppern und bei den Trabern am Ablauf zum 9. und 10. Februar. Heute bleibt die Sendung rein französisch hier und zwar gehen wir nach Cannes-sur-Mer und nach Vonsen hier. Und ich habe mir am Samstag das zweite Rennen in Cannes-sur-Mer rausgesucht hier. Das ist ein Pferd für vierjährige Henkse, Stuten und Wallache. Ja, dann gehen wir mal das Schatterfeld durch hier. Allen voran die 1 Hektoma aus dem Stall von Jean-Claude Roger. Das Pferd hat eigentlich nur einmal enttäuscht, aber mit der langen Pause. Er wird sehr, sehr niedrig stehen. Der gute vierjährige Henkse hat auch das höchste Valor hier im Feld mit der vier zusammen. Aber ich meine doch, der braucht einen Start hier. Ja, Vedremo hier noch drin, der hat auch letztes Mal enttäuscht, war schon Vierter in einem Handicap. Also da muss man mal schauen, wie der läuft. So ein bisschen das Fragezeichen in dem Rennen. Veneziano auch ein gutes Pferd, aber die guten Bestleistungen, die sind doch weit, weit entfernt. Ja, mein Pferd ist eigentlich die drei Miss Ray Link hier aus dem Stall von Bayer. Da ist der prominente Besitzer hier, der gute Laboro. Und da sitzt Roberto Carlos Montenegro drauf, der letztes Mal Zweiter war in Cannes-sur-Mer. Also er hat schon eine gute Form gezeigt. Ja, und wer hier Kondition hat, der ist im Vorteil hier in Cannes-sur-Mer. Da kommen ja sehr, sehr oft Außenseiter. Es wird eine gute Quote geben auf Miss Ray Link hier. Also für mich die drei im zweiten Rennen am Samstag. Miss Ray Link in Cannes-sur-Mer. Und dann geht es weiter nach Boncen. Da sind ja wieder die Top-Rennen hier im Ablauf im Winter-Meeting. Und da starten wir am Samstag im sechsten Rennen im Prix de Munique im Preis von München hier im Kurs Europäen. 90.000 Euro die Dotation über 2.100 Meter Autostart. Ja, und hier sind einige gute Pferde am Ablauf. Partou Simoni, den bieten sie wieder aus. Das sind ja deutsche Besitzer hier. Also muss er mal schauen, sie bieten ihn wieder auf. Also ich meine, er hat den einen oder anderen Start zu viel. Hat natürlich, ist natürlich gut in der Klasse hier reingemanagt worden. Aber ich meine, das ist doch schon sehr, sehr viel. Charles de Laurent, der hat auch schon sehr, sehr viel abbekommen im Winter-Meeting. Für mich auch ein Fragezeichen. Ja, mein Fett ist Redit GD, die Sechs aus dem Stall von Thierry Duvaliston. Ja, wer das Rennen letztes Mal gesehen hat, total verpokert. Hat wirklich furchtbar gefahren, der Duvaliston. Ist auch ein bisschen, sagen wir mal, hinterher gefahren. Hat nichts mehr getan, war Dritter. Aber er hätte locker Erster werden können. Das ist sein Rennen, worauf es geht. 90.000 Euro die Dotation. Gut am Auto mit der Sechs. Wird auch nicht so hoch stehen. Aktuell so bei 37 bis 40. Also Redit GD ganz gefährlicher. Noch gefährlicher ist Nahar. Der hat die zweite Startreihe. Muss doch mal schauen, wie Robert Berg das vorträgt. Und Passantua, die Sieben mit dem Meister Frank Nivar. Also für mich Redit GD aber auch ganz gefährlich, die Sieben Passantua. Denn Frank Nivar, wer den vervölkert unter der Woche, der gewinnt auch mit ganz, ganz schlechten Pferden. Also für mich hier die Sechs. Redit GD gewinnt für mich den Prix de Munich am Samstag. Und dann geht es weiter am Sonntag in Vincennes hier. Im Hauptereignis heute am Wochenende im Grand Prix de France hier. Dieses Gruppe 1 Rennen. Das Nachrennen vom Amerik hier. 400.000 Euro. Ich habe ja den Sieger angesagt. Royal Dream hier. Das ist die 5. Der hat gewonnen vor Ready Cash. Das sah sehr, sehr gut. Da hat er alle vier Eisen runter gehabt. Heute hat er wieder nur zwei Eisen drauf. Der gute Royal Dream ist ja der Titelverteidiger im Prix de France. Aber die Bestzeit 10-7 mit der gewinnt er wohl nicht hier. Also ich denke mal, es wird sehr, sehr schnell werden. Muss man mal schauen. Ready Cash wird wohl wieder Favorit werden. Royal Dream, die beiden werden wenig zahlen. Maraccia, der soll einen Infekt gehabt haben. Und deswegen sollen die schlechten Leistungen danach gefolgt sein. Also die Nachwirkungen. Muss man schauen, wie er mit der 1 hier vorgetragen wird von Ojan Kildström. Raja Mirci mit der 13 wird es schwer haben. Ja, mein Fragezeichen ist eigentlich die sieben Main Vice Ass aus dem Stall von der Gerrits Recycling Group mit Pierre Lévesque. Der ja wirklich ein 2-1-Pferd ist. Letztes Jahr war er zweiter zu Royal Dream in diesem Rennen. Und da war er nur ganz, ganz knapp geschlagen. Pierre Lévesque, der braucht diesen Sieger hier. Und für mich ist er das beste 2-1-Pferd im Ronsen. Über 2-7 oder 2-8 ist er nicht so stark 2-1. Das ist seine Distanz hier. Main Vice Ass, der Italiener, gewinnt für mich den Prix de France am Sonntag. Und dann noch ein Rennen in Can Sumer beim Hauptereignis hier an der Côte d'Azur. Der Grand Prix de la Rivera Côte d'Azur hier. Das Listenrennen, 60.000 Euro die Notation hier. Gute Grand Prix-Ferde hier am Ablauf. Pampam Boy, der hat ja frisch gewonnen. Rock of Nassau, Tagabere, Espero. Also da sind richtige Bomber am Start. Ja, Pampam Boy, der hat alle überrascht vom letzten Mal. Hat dort zu hohen Orts gewonnen. Ich meine, heute wird er es schwerer haben. Mein Fett ist eigentlich Rock of Nassau. Und wie der letztes Mal gewonnen hat, Startziel unangefochten hier aus dem Stall von Nakahachi. Also für mich hier die 6. Rock of Nassau gewinnt ganz klar ein Kanz für mehr hier, wenn er die Form bestätigt, den Grand Prix de la Rivera Côte d'Azur. Also Rock of Nassau ist hier mein Fett. Ja, das war es schon mit meinen Tipps. Nächste Woche bin ich wieder für Sie da. Ihr Alexander Kaiser. Machen Sie es gut. Tschüss. Wie ist es für Sie da? J unos Kفس, Schlecks, Schlecks.